Soldatinnen und Soldaten, begrüße Sie zu diesem feierlichen Gelöbnis heute in Mittweida und überbringe Ihnen die allerherzlichsten Grüße unseres Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Sie geloben heute der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Die Panzergrenadierbegrade 37 ist besondererweise erwunden mit den beiden Freistaaten Thüringen und Sachsen. Und allein die Patenschaften, die Partnerschaften, die Freundschaften, die Verbindungen, die es gibt mit den Städten, mit den Garnisonen sind Beleg dafür und Zeugnis, dass die Bundeswehr und diese Brigade fest verankert ist in diesen beiden Freistaaten und unserer Bevölkerung. Auch im Namen der Staatsregierung des Freistaates Sachsen alles Gute. Kommen Sie immer heil und gesund aus den Einsätzen zurück. Soldatenglück und ein herzliches Glück auf. Vielen Dank.